Felsenmeere im Odenwald. Im Bereich kristalliner Odenwald findet man die markanten Felsenmeere, dicht gepackte, großflächige Gesteinsformationen. In der Geoevolution vor ca. 340 Millionen Jahren aus Gesteinsschmelzen entstanden. Hier das große Felsenmeer im Lautertal. Das Felsenmeer in der vordere Odenwald, oberhalb von Lautertal-Reichenbach. Verwitterung des Gesteins durch Frost und Wasser. Eine Felsenlandschaft aus dunkelgrauem Quarz-Diorit. Geologisch durch Wollsack-Verwitterung entstanden. Bereits die Römer vor ca. 2000 Jahren und später durch die örtlichen Steinmetze zur Steingewinnung genutzt. Heute ein Geopark. Ein Blockmäher aus gerundeten Felsen. Eine Quelle von Steinmaterial seit der Urzeit. Römische Werkstücke sind vorhanden. Methode und Werkzeug in der Antike. Die Steinspalttechnik mit eisernen Keilen.